wo reingetan glaube ich hallo ihr lieben und noch mit schokolade im mund hat wir schon mal willkommen zurück zu einer weiteren folge ja wie ihr seht da oben sind mittlerweile drei airdrops die wollen wir jetzt als erstes holen danach werden wir meinen schatz ausgraben hoffentlich unseren schatz beteiligt ist ja immer sehr gerecht und dann geht es in die wüstenstadt aber du bist doch mein schatz das geht in die böse richtung ja ja ich weiß aber warte mal eines hiervon gleich das ist ja wunderbar alles hiervon die anderen sind in der kurve der wüste vor der bürger geht noch aufregend müssen dann auch wenn ich in die bürze stadt rein und klappt das eigentlich naja aber sagt das nicht mehr und die geholfen so verdammt schnell das hatten wir ja schon mal ja dass ich das überhaupt überlebt habe war ein wunder allein du wir können auch aufgeben kein wunder du hattest mich naja ich bin ja du hast doch auch noch gesagt wir können auch aufgeben das überleben wir sowieso nicht und da kam ich gesagt ja dann kam die spinne noch ich habe doch nicht gesagt wir geben das auf ich habe mich auf dem felsen gehockt ja aber davor hast du gesagt das schaffen wir eh nicht und dann weil ich die zersägen wollte weglaufen wollte ich nicht weil sie wollte sie siegen und dann kam mir gleich eine spinne das hat mich ja irgendwie so auf dem feld drauf getrieben deswegen habe ich gesagt ja doch wenig wegzulaufen das sind dann können wir leicht ins versägen aber das probleme zu sehen ist nicht wie meine geförterung ist gleich so ein bisschen dort was er wusste jetzt hin ich hätte mal pischen gehen sollen vorne dann macht das doch kurz nein hallo wir sind eine aufnahme da gibt mich pischen da ist doch der drop immer noch nichts was haben wir da okay das können wir brauchen ja das nimmt das hast du hast du mangel wir haben ganz viel zu hause erst mal alles gut auch diese er hat den für werte ich hier aber hier ist ja schon los wenn man der verwertung ja wohl du hattest auch noch durch deine schon deine flucht hat es dort noch ein zweites militärgebiet entdeckt na ja stimmt da haben wir glaube ich in die stadt gesetzt ich weiß nicht wir haben da keinen haken gesetzt aber es war in der nähe von der bösen stadt hat der jahr sind zwei militärkämpfe intensiv nah beieinander ja guck mal dass das da ist die böse stadt das tut man manchmal ganz kurz man die karte so war mal genau da vorne ist ein camp da dazwischen der bösen stadt und diese straße da siehst du auch den weg dahin gehen sitzt da ein weg von der wüste ja und der andere war am wasser irgendwo na gut wir machen jetzt aber erst mal hier die erdrucks und gehen dann hier in die wüste weil hier auch irgendwo die stadt oder nicht das die ist weiter nördlich nördlich die wüsten stadt da habe ich den aber auf den dings drauf dass keine probleme auf der karte drauf wir dürfen da nicht in die in die dinge nein mein gott himmel ich habe immer noch angst davor ja ja ich wurde gejagt brutal von zweien ja und ich wurde gejagt der an der andere hat mich gejagt der hat abgebogen der hat gesagt hat ich bin schmackhafter du schmeckt so ein bisschen ranzig hatte gesagt okay die mir auch mal eine chance so witzig wie komikfigur weggelaufen ist deswegen hat er wahrscheinlich wohl acht nicht mehr gekonnt und keine luft mehr gekriegt da steht ja noch einer den nämlich dann hat er eine spinne noch dabei gehabt okay der hat sowieso angst man haus wir müssen übrigens nebenbei auch noch tatsächlich tiere jagen was finden ach so ja dann einer gehen wir mit vollen taschen hier durch die gegend nachher ich habe dir noch gesagt so die tür zu machen das sind die wahrscheinlich nicht verstanden wahrscheinlich das ist das andere kind ach so der 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 denken sein tablet in seinem zimmer spielt jurassic world und sie ist oder kinder können so süß sein können wenn sie wollen das hast du eben schon ein besseres gefunden gehabt hier der ak 47 schafft ja aber und was mit dem lauf von der scharfschutz was das an der panzehandschuhe brauche ich nicht nur scheiße drin das ist nur kinder kacke was sie drin ist dafür gibt es erdlobs die erdlobs soll uns helfen nicht sachen besorgen wir schon sowieso haben ich habe die handschuhe schon dreimal gelesen glaube ich ja fick dich doch gut das geht ja gar nicht alles zum ist jetzt schaut wir hätten den auch noch medizin am schlüssel eine leere gläser ich wollte zu dir kommen ach so macht das doch hey dann überleg dir mal wo wir jetzt laufen ja sowas auf wir müssen wir durch und jeder hin hier oben hin müssen also nach nordwesten ein bisschen wir müssen aufpassen weil dieser kurve diese einkurve gibt es die blut haben die gehäuteten auf uns ja ja du bist auch gehäutete also die jesus kämpfen in den japan des campers camp er stoppt wir wollten erst einen schatz machen war doch nicht was ja dann macht doch mal einen schatz auf okay ist der kaffee heiß ich glaube nicht wo ist das denn da süden das ist ja super das ist ja voll entspannt wahrscheinlich sommer 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 schein sommer 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 schein sommer 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 vielleicht wird man daher auch mal ein bauplan drin für pistole oder so ja ich glaube aber eher dass das munition und so ne ja was das denn ach so dass ein auto das ist aber jetzt nicht aus ja wir hatten abflug gemacht war der rs gestorben und das war das war ein hase scheißegal wenn du kriegst tötigen da hängt der mit dem kaktus so fest der sünde der hing hier im kaktus fest ich weiß nicht wo der jetzt hin ist also sterben natürlich können sterben die können sterben dadurch ja aber der ist jetzt schnell weg gehobbelt stoff fetzen brauchst du auch ne stoff bei euch hat du kannst ja aber ich werde den rest verwerten jetzt so was die schrauben fehlen werde ich jetzt bewerten weil ich die aktuelle aktuell keine verwendung haben ja kannst du ja auch erst mal was müssen mal gucken was mit ähm hier er müssen mal gucken dass wir uns mal bei ihm diese motorräder machen er ist doch und drüber das kannst du erst mal verwerten also stoff brauche ich das kannst du erst mal verwerten elektrische teile kannst du wegtun aber die ganze kiste voll die ist gut die ballerinnen haben glaube ich ganz gute zu hause kann man die verwerten was wird daraus bleibe bänder ja ja solche sachen ja ja das sind stark wie das das gut glaube ich was das gut schon gut trinkbar weil ich habe nicht ganz heiß wasser genommen ja weil der wasser koche leber und ich hab dann vergessen nachzufüllen also weil das kann man ja nicht machen neben habe ich ganz heißes wasser leiter genommen das habe ich alles verraten wenn wir mal meist finden und so ne wir brauchen brauchen das weiß habe ich auch ganz viel schon zu hause der kiste aber es können wir alles gern mitnehmen man hat ja nicht vorher zu müssen es aufschroten müssen um um nicht unbedingt erlaubt man kann aus kraftstoff machen aus meist nur also erst ja ich brauche es fürs essen zum anbauen für gemüse eintöpfe und so in den bären gemüse eintöpfe und bären wird sehr früchtig er froh früchtig ist auch obstkuchen obstkuchen hat auch worden jetzt auch gleich aber meist mir hat es den hasen nicht gekriegt der ist weg gewesen ich habe da oben drauf tanzen sehen und er war weg ja wegen ostern und sonne ja da muss er verteilt haben ja ja das ist so lange zeit ich gucke schon die ganze stelle in estern ob ich was finde mich wird tatsächlich was er hat nur nicht gut angemalt nie 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 ich bin ja auch nur ein mann oh gott das ist so pervers ob es solche gibt so was machen ja natürlich das ist so älter die haben auch ein so wort dafür ich meine gibt es in so misst der zog ist nicht aber tote frauen ja stimmt er tote frauen und die musik verfenstert sich das hat sie in der hat sie ein was mit dir los also ich hab wir haben was hat zombie schotzi hm äh hm woher stehen geblieben obstkuchen also dazu brauche ich übrigens auch meils also das mais bräuchte auch zum kochen ja aber ich würde da gerne gerade ja wir können ja erstmal die ganze maisplantage dazu aus wir haben ja jede menge platz ja weil ich aber werden möchte ich auch anpflanzen und wir die auch weißt doch diese grüße alles dinger die wir der gepflanzt hat man dann auch nicht nach vor Ort erst wenn sie die schön aus dem was kann man egal t draus kochen guck mal da ist ein airdrop ja ich nimm den oder ja nur gut nimm den kannst du ja und du bist ja jetzt egal und auch wichtig da ist die krisale kreativen oder wie heißen die nein ja ich weiß was du meinst ja ja ich komme noch nicht auf die heißen das nur kacke drinnen ich nehme hier ein dings ja aber die die panze das ist die scheiße lesen hat diese panzehandschuhe romantisch der mond hell war der mond und die nacht vor schatten über du behaupten oder du das ist noch mehr zu mäßigen glaube ich über kopflos ja und die kartoffelsaat ich glaube ich habe drei stück zu hause unbedingt wir müssen immer eine kartoffel wieder als saat umwandeln einpflanzen weil die kartoffeln gegen die verbrannte zerstörte gegend hier waren hunde das problem und gehäutete echt jetzt ja doch und min min sei vorsichtig min auch echt jetzt kannst ja aber doch keine gehäuteten oder natürlich kann sein aber mein gott macht ihr nicht und samt die kriegen wir platt man da sind hunde super daneben geschossen ich habe ich habe auf mich auch aufmerksam gemacht er holt grad seinen besten kumpel noch brutus brutus der hund mein gott ach scheiß drauf komm her zu mir komm wofi wofi komm zu der die angst wo ist denn mach ich kalt so nehmen wir ziehen nehmen wir ziehen den antibiotika ja mache ich danke für deine fürsorge mama hallo das fließen das kann ein echtes leben kosten manchmal ja das ist total ätzend alter ich dachte dreimal drauf gedrückt und ist nur ganz mini stück hier da sind gleich wieder draußen ja gut dann mach mal oder mutter verfindet sich ja auch auf einmal total schleppen müssen wir jetzt eigentlich ich will hier nicht alleine laufen ich brauche einen neuen bogen wollte vorne geht schon wieder raus ich habe vergesst dass sie liegen könnten ja das habe ich doch gesagt die können auch liegen aber ich habe schon gesagt sie können liegen deswegen sollte man sich echt zeit in mir durchzulaufen aber das ist ein haus schön dann können wir gut haben okay großen haus das ist ja gut aber könnte ja ja nun geht doch endlich zu deinem verkackten ja meine güte oh mein gott hier ist nitrat ich muss nitrat mitnehmen hier ist ein haus wo es mitmachen ja klar wo warst du schließt jetzt bitte ich muss mir ganz kurz nochmal einen bogen basteln ich will auch in die mülltüten gucken weil wir brauchen gesagt auch ganz viel klebe und öl ja auch kann ich gar nicht was fehlt mir denn dafür pflanzenfasern habe ich das ist noch mehr auf die reparaturkitz ist natürlich auch nicht schnell wie viel vier ok das ist gut damit könnte ich sogar unterwegs schon mal meine kettensiege oh warte mal bei dir ja bei dir sind ja im haus wahrscheinlich ja ja genau ja ja genau ja ja wunderbar tolle rede man bla 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 oh alter bitte warum geht er denn so zackig kartoffeln da hängt auch noch eine drin ja aber oh die sind durch oh ja oh alter gib mir noch die chance nachzuladen alles gut ne ich bin ähm gelähmt vor schönheit dieser hübschen zombie ladies gerade und ihr habt den kopf weggeschlagen irgendwo sind hier noch mehr drin guck mal schön die die schränke nach und bücherregale und müll und soweit vielleicht finden wir da auch irgendwo mal ein rezept wegen der pistole oder lebt ja noch ja mach ich mama ich habe nichts gefunden ist das gut ich habe ein rezept für den bauplan für jagdgewerben und ein scheiß ding und ein scheiß ding habe ich auch keinen bock drauf für eine quest auch nur was mit drum zu schleppen habe ich auch keine lust drauf oh scheißschmerzen blenden ey hier finde ich fufu ne gar gar nicht ja keine hurama oh ein huw das trete ich jetzt aus das jetzt aber schuldig na bruch sand wenn du gräbst im ich brauch bruch sand ja für den Stimmberg beim beim Schatz suchen hatte dort Stoff mehr für die Klebe Dings mehr oder was für den Stoff nach dem Pistole aber keine die verwertet ist nicht so gut was ist das Schrotflinten schafft er nämlich mal mit Jagdgewehr Lauf und verwendet jetzt so nicht warum verwerten wir den ja nicht überall dann die Landschaft ich bräuchte mal Papier um irgendwie Dings herzustellen Munition für die Dings okay hier unten ich habe mich in der Küche geguckt habe ich der Küche ich wüsste nicht dass die Küche so etwas beherbergten sollte also ich gehe wieder raus wir können dann zum Schatz laufen was ist mit dem Auto hast du das Auto schon gecheckt ja da waren die Reparatur Kits drinnen ah ja Zombies noch irgendwo im Start ja das ist ja irgendwo bei mir draußen oh ich habe noch einen Schraubschlüssel gefunden einen ziemlich guten verwert ich meinen dann kann ich ja meinen mit dem Reparatur Kit ja ich kann wir können gleich mal austauschen damit du nicht so voll bist und dann kriegst du meine Reparatur Kits erstmal also unsere Reparatur Kits erstmal ist bei dir irgendwo ne Enka ist glaube ich irgendwo bei mir ich habe nur eben noch nicht gesehen hey warte mal hier stecken hier steckten Hase mit dem Arsch im Fenster drin guck mal ja dann oh ja ich hänge hier fest ne würde Kaku so geil irgendwas stimmt mit Hase nicht so geil leider wieder festigen also einfacher kann man die Jagd ja wohl nicht machen ne aber da ist Nitrat ich komme ähm du hast den du hast ein Dings auf die Stadt gemacht ne ich hab was ja das habe ich schon gemacht ja dann eben geschlecht gibt dir gleich mal ein bisschen wechseln kannst du Reparatur Kit haben und dir deine Dings achso ja dann lass mal das dort noch ein paar Plätze machen bei den Dicken hier ne komm ein Stück hier hoch Richtung Schatz gelaufen ja ok wo bist denn du oh oh hä ha 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 oh warum ja weil du ist es ist ne Nähe alles halt ähm warum allein schon ja es war verbrannte Gegend ist nicht so die ähm pass auf da kommt ein Zombie hinterher warte mal kannst du mal ganz kurz erledigen ich möchte mich mal ganz kurz oh warte mal orientieren achso ich hab meine Fahnen in der in der anderen Südstadt gemacht das ist ja kacke wir müssen nach Nord ähm Westen oh Alter da kommt ein Zombie sag ich und die geht jagen die hätten mich da einfach so auffressen lassen der ist schon wichtig ja ja du mich auch da müsste eh erstmal zu meinem Schatz gleich der ist sie glaube ich in der verbrannten Gegend du bist eng gestorben es gibt gestorben irgendwo ne ja das ist da ja dann lass es gleich mal austauschen ja aber hier sind echt enorm viele Zombies ne ich bin jetzt schon voll mit Shit ey ja dann komm her zu mir warte mal ohhhhhh das ist Stofffetzen ne ne Leder brauch ich nicht ne da auch nicht Tierhaut brauch ich auch nicht ne ich hab ich Stofffetzen oben neunmal Stofffetzen achso mein neuer Buch ist ja auch fertig deine Schrotflinte weißt du wie gut die ist Schrotflinte meine die kannst du verwerten die du hast ok kommt irgendwo ein Klappergestell die haut von erstmal weg ach scheiße man ach ne das ganze Gegend ist ein Klappergestell ja willst du kurz zu mir kommen dann kann ich dir mal ein Treffer auch kein Treffer auch kein Treffer da kannst du mir sonst erstmal das Fleisch abgeben wenn du willst ja fahr wo bist du da unten wir müssen nach Nord 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 West also der erste muss ich mal nen Schatz holen ja achso hier bin ich hey also deswegen komm her äh gib mal kurz das hast du gib mal das Fleisch kannst du mir geben wenn du möchtest Zombie sag mir mal das Fleisch auf hab ich was hast du aufgesammelt ja ja soll ich dir das Reparaturkitz geben warte mal ne warte mal so ein Zombies ist am Start zwischen Stein stehen wir echt kackeln kann lass mal auf den Stein oben rauf hast du ja gut geholfen dabei ey was machst du da Dankeschön und dein Eisen dein kannst du damit auch reparieren oder was dein Schraubenschlüssel was damit den kannst du damit glaube ich auch reparieren achso ja genau dann war es das schon ja ist doch okay achso das konnte ich so reparieren mit meinen Zutaten nicht so okay äh gut dann Schatz Inka ich muss mal ganz kurz einen Schluck Hafer trinken irgendwo ist ein Klapper gestellt verbrannte Gegend waren ja keine Minen ne nein das wäre gemein das siehst du ja gar nicht das wäre hier sind ja auch Hunde am Start ne ja Hunde ja da rennen sie einfach ums Lagerfeuer rum ich renne da beinahe rein hier ist er irgendwo hier? ja ja dann grab mal ich muss mal ganz kurz hier sind Klappergestelle denk dir an Bruchssand ich brauche Bruchssand ja 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 was war ich habe getroffen Klappergestell was der Tod ja 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 ich habe mich schon lange gar nicht mehr Attributen mäßig aufgepimpt ich könnte dir auch helfen ich auch nicht muss ich auch mal wieder tun sieht gut aus sieht gut aus wow das sind die besten Sprünge meines Lebens wow ja kein Bruchssand dabei ne ich krieg nur Shit-Sand hier oh du hast mich voll weit runtergegraben ja 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 hast du gefunden? ne ich dachte weil es das so anhörte ja ich habe ihn hier guck mal hier Inka ich guck mal guck mal ich habe ihn gefunden er gehört mir ja oh ich komme nicht mehr raus oh nur kühle es lohnt sich irgendwie alles nicht mehr so wirklich ne ne noch nicht mal ein bisschen Munition nichts ja sowas play wie das mhm da Nordwest also Nord-Nordwest also erst wieder Richtung nach Hause quasi eigentlich könnten wir nach Hause gehen einmal kurz und Shit nochmal abladen den wir hier haben ja und dann machen wir die Stadt in der nächsten machen wir einfach die Stadt in der nächsten Aufnahme ja war ja schon viel Erlebnis was wir hier gerade erlebt haben aber erstmal könnt ihr uns noch bis nach Hause begleiten ja natürlich so als Personenschutz ja wir trauen uns nicht ohne euch dann fürchtel ich hier Angst warte ach es war auch noch nachts siehst du mal ah der wäre tatsächlich noch benötigt sagte ich ja für Hirnfleisch brauchen wir auch unser Vorrat geht zu Ende hat aber lange gehalten ne ja 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 was ist das denn für großart oh da ist ein Haus das Haus wo wir gerade gedrungen sind das ist ja okay ja wo ist denn der jetzt hin wo ist ein Hirsch das warte mal ist jetzt immer wieder gestorben da oh hast du dir zweimal getroffen und dann fährst du dort um mal einmal nur okay und ich schrecken dann so irgendwo mal ja das ist ein abgehauen und dann cool nicht schlecht ja da machen wir das so und dann rennen wir jetzt erstmal wieder nach Hause und machen die Wüstenstadt tatsächlich würdig in der nächsten Folge dass wir auch Zeit haben und leer sind weil da war sehr sehr viele raus zu zu holen ne in der Stadt da war extrem viel ja da gibt es jede Menge da war ein Gefängnis da da waren da war ein ähm altes Versteck also ein Überlebenszahl so ein überlebenden Stützpunkt was verlassen ist und 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 dann doch die Stadt an sich mit den Shops und hast nicht gesehen und da gibt es jede Menge zu holen einfach pass auf ich komm gleich wieder durch die zerstörte Gegend ja ich hab mein Messer in der Hand da kann der Hund kommen wie er will ja gebissen hat er mich auch er standen mich sehr weit unter mir erstmal ist es dreimal Haken geschlagen um mich herum ja das ist es gemein und die schnappen dabei und dann verblutest du irgendwann das ist halt da vorne ist schon wieder Wüste guck mal ja pass auf die Minen auf ne ja check mal kurz das Auto hier schnappe wow ja 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 Oh ja ich schlicht oh ja oh Kaktus Bödsäcke Au da oben läuft ja ich brauche müll ich muss nur müll mit abschneiden du brauchst müll ja ich brauche öl und klebebänder und so die sind ja ganz gerne mal müll drin es ist ein bein weggeschossen den arm weggeschossen den kopf weggeschossen also ich meine es auch brutal das ist geil ne hm 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 was war das sah geil aus wie die noch von der seite abgeknallt weggeknallt das ja das au kaktusse kaktusse deshalb heißen die auch so kaktusse ja das sind weibliche pflanzen ja kacke noch obendrauf dazu was haben wir hier im rucksack was auja da guck doch mal rein vielleicht da guck ich mal ah ganz zu verwerken beinschen aus tierhaut wer braucht das denn ich benzin soll ich dir ein benzin mitnehmen oder nicht ja mach ruhig ich brauche also bis 1000 kann ich mitnehmen ist ja jetzt nur für den gebrauch zum plündern jetzt da ne also damit ich irgendwie eine tür aufsehen kann oder einen baum wegsäbeln oder so egal hier gibt's die kreuzung hier die mühlsäcke die muss ich mir mal kurz angucken ja mach das mal ruhig äh warte mal nö oh ein eisenröhr was ist das so eine yucca pflanzen ich will mal ganz kurz gucken wo stehen wir hier gerade äh was äh das war ein elefant ich musste mich mal recken okay es ist ja easy peasy hier what oh die brauchen wir sofort mitnehmen den den shit den sei ich brauch diesen hellen bruch sagen nicht diesen dunklen die ganzen wegschmeißen ok ich gucke ich habe hunger irgendwie ich mache uns gleich was aber erstmal erstmal nach hause genau wir sind auch gleich zu hause hier vorne ist noch mal diese kleine weißt du da kommt gleich diese kleine weißt du diese kleine weißt du diese kleine siedlung weißt du ja ich wollte hier so ein bisschen lang laufen in den mühlsachen hier ist kohle diese scheiße rattefresse meine scheiße kohle ein zitat aus scheiße das ist bei dir ist auch nicht schlecht bad boys können wir als landmine umbauen ja das weiß ich diese bonbon dinge und die töpfe ne töpfe nicht aber ja gut jetzt müssen wir was die töpfe sind aber luftfilter und ähm radkappen die kannst du als landmine umbauen was ist das für geräusch ich höre die ganze zeit so ein geräusch die das ist die playstation antrieb wird nie die waschmaschine hast du waschmaschine an jo was jo ah heute ist waschtag auf dem sonntag dürfte gleich auch schon wieder fertig sein hier ist muhl da guck mal in muhl rein muhl noch mehr muhl das war schlechter muhl das ist ein leerer muhl ähm ja damit könnte man die gräben aus auslegen ne aber das wäre auch scheiße wenn du da selber reinlatscht ey kabooms das ist auch kacke aber weißt du unter den unter den ähm unter den spieken oder weißt du ja wenn man denn da wenn die zombies da reinfallen dann gibt es einen riesen heidenstock was ist man sollte sich das mal überlegen aber andersrum zerstört das sind ja auch gleich immer ein paar spieken wahrscheinlich ne ja wir müssen ein minfeld bauen den wir abgrenzen mit ähm mit stacheldraht ja und die da reinlocken ja so ein weg eben halt für die zombies machen entweder du weißt du hier vor oder so dass wir hier noch ein weg haben wo wir durch müssen an der zugbrücke vorbei und dann hier so vor dem vor dem zaun hätte ich bei der vor den graben ähm denn so ein zaun so ein minfeld eben halt machen oder vor der abgrenzen wurde jetzt aber so viel reingelaufen sind ja ok ne hier brauche ich nichts statt dass wir das mal feuer ausmachen so ähm das können wir rein hier haben wir blei das kann rein stopf kann ich stopf ist auch nicht schlecht kennst du schon stopf klingt wie so ein billig pornofilm stopf stopf kennst du schon stopf frei so besser als arschmeister 3 ähm ja äh ich muss mal ganz kurz was überlegen ich muss mal du willst mit mir reden oh Gott ich wollte nur kurz das überlegen warte mal du kannst überlegen das ist gut das wusste ich nicht ja doch ich kann noch schützen ich könnte nach welchen die hülsen müssen nochmal du wolltest ja wieder stopf habe ich noch für dich ja den kannst du mir gleich mal geben warte mal ich muss mich kurz der machen eigentlich hier nie die tür zu wenn hier spinnen reinlaufen was dann in grad an zu spinnen so winkel spinne oder so das schlimmste jetzt haben wir aber kalips eine winkel spinne so kommen wir hier warte gleich ach so ich kann mir mein dollerchen weg tun ich kann die achse weg tun wenn ich jetzt die ketten ziege am schluss habe du hattest sprit gefunden ja warte mal was habe ich hier nochmal scharfschützen laufen hochstand habe ich nur 88 ich brauche definitiv mehr damit ich beton bescheuert machen kann aber das können wir nach der nach der ähm den kann ich verwerten stadt suche machen ich habe stopf ja ich gebe mir mal stopf ich kann ich direkt schon mal vier stoff haben hey komm ich hab den besten stoff glaube ich kann nämlich schon mal vier du hast doch noch was zum verbessern von deiner pistole oder so ne was habe ich für die ak oder was hast du da ah ja genau das wollte ich mir gerade mal anschauen ich habe mich schon angefangen die zusammenzusetzen wo ist denn die ak da oben nee runter runter da ich dachte wir brauchen ak 47 laufen ne also wie gesagt wir hatten ja schon mal ne ak gehabt ne und nein ich habe sie aus Versehen verwertet das fehlt aber noch das teil siehst du wow ja fehlt noch nen lauf so ah ich hätte meine Taschenlammer hätte ich auch mal dafür benutzen können hier aufbewahren so jetzt habe ich hier noch genau du kannst gleich mal runterkommen mit Sprit geben ja stimmt du hast echt die Waschmaschinen laufen wir hatten wahrscheinlich auch gleich Schleudergang naja wir sind eh fertig mit dieser Folge und ähm ja wir hoffen es hat euch gefallen und ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder rein bis dahin bis dahin bis 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 bis